Da geht Mastor! Da geht Mastor! Im Mülleimer gehen! Alles gut, wir waren das nicht! Nein, wir waren das nicht! Und alles willkommen wieder zu eurem Neuen! Pipi! Mumu! In der Hose! Ey! Kinder! Kinderfreundlich bleibt! Wir sind ja auf Youtube! Ja ja! Wir sind ja auf Youtube! Wir sind ja auf Youtube! Geile Arsch, oder? Zeig, zeig! Du Kacka! In Mumu? Ja! Erstmal ja und dann nein! Was denn jetzt? Die Kacka füttert Mumu! Sehr chaotisch heute wieder! Du musst sonst spazieren! Du bist selber einer! Du bist selber einer! Hi! Muhuhu! 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 Die Leute wissen das in den Kommentaren, was wir reden! Ahu, 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 ahu! Ahu, ahu, ahu! Ahu, 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 ahu! Hier! Ahu! Look at this! Oh look at this! Sag mal was zu den Zuschauern da draußen. Der guckt... Der guckt direkt in den Arsch. Ihr merkt Leute, es ist sehr chaotisch. Ähm, ja. Aua! Ich habe vergessen, dass ich komme voran. Ich habe auf den Startknopf gedrückt und auf einmal laute Musik. Geil. Muss mal kurz was einstehen. Heute, ja, ein sehr chaotischer Video, wie ihr gesehen habt. Ähm, ich wollte euch nochmal sagen, ihr seid wirklich, ähm, einer der Besten. Ihr haltet zu mir. Ich habe gesehen, es gibt ein paar Leute. Arjan, Lukas, ähm, Julian und noch viele mehr. Viele, 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 viele. Ähm, krass. Ich sehe bei einer, also es gibt eine App für YouTube selber. Die heißt YouTube Studios. Und da kann man gucken, wie viele Aufrufe man hat. Ich habe momentan 800 Aufrufe. Schaffen wir noch die 900, bevor ich aus dem Urlaub zurück bin. Ihr habt noch vier Tage Zeit. Am 11. bin ich dann wieder zu Hause. Das heißt, ihr habt dann so lange Zeit. Okay? Und ja, hier ist mein Bruder. Ne, okay, er will keine Fotos sehen. Okay. Alle weg, keine Fotos. Ja. Und wie ihr gesehen habt, man kann in manchen Videos keine Kommentare machen. Woran liegt das? Es liegt an dem YouTube-Algorithmus. Der Algorithmus, der das alles selber überstimmt, ob man Kommentare machen darf oder nicht. Sehr wahrscheinlich ist in diesem Video, obwohl das jetzt zu drei Minuten geht, sehr wahrscheinlich auch wieder keine Kommentare an. Wenn nein, schreibt einfach in eben einen Stream, der schon vorher war, nochmal in die Kommentare. Wie fandet ihr das Video? Wie fandet ihr das Video? Okay, weiter. Ja, wir sind jetzt gerade unterwegs, ein bisschen zu spazieren gehen. Und Leute, hältet mich jetzt nicht wirklich wegen diesem Anfang. Es ist chaotisch, wie ihr wisst. Ich bin seit ein paar Tagen jetzt hier. Und man einmal findet... YouTube scheiße! Ja, du ja, YouTube scheiße! Ja, ich habe jetzt 800 Aufrufe und du zwei! Ja, die habe ich! Zeige ich dir nachher! Ach, leck mir ja! Ist ja wahrscheinlich dann 900! 900?! Es gehen noch 30 Sekunden dieser Video. Also sage ich schon mal, danke, dass ihr reingeguckt habt. Und das war es auch mit diesem Video. Das letzte Video auf diesem Kanal. Ja, ich höre mit YouTube auf. Es ist... ja. Ich höre mit YouTube auf, weil ich keine Lust mehr habe und ja... It's a bug! Ja! Sag mal schön, Leute! Yeah!